Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Spiel und zwar spielen wir The Very Organized Thief Und zwar ist das ein kleines Indie-Yacht-Bit-Spiel sozusagen, wo man halt ein sehr organisierter Deepest Man muss halt aus dem Haus des Hausbesitzers, wie hätt's gedacht, Dinge klonen, die auf einer Checkliste halt so sind Klon, außer da hin, Entschuldigung Und ja, diese Liste ist dann hier Portrait of a Lady Okay, erstmal den TV, das Spiel ist kostenlos und der Link ist in der Beschreibung Äh, DVD-Player Der DVD-Player ist aber nicht da, oh mein Gott Wund mal, wo ist der DVD-Player hin? Ah, das wollte ich nicht Wut der fuck Moche ich Rare Wine? Ja, ich brauche Rare Wine Rare Wine, wo bist du? Hm Ah, meins So, dann Muss ich erstmal die Sicherung rausmachen und zwar kommt erstmal der Alarm raus Na Dotting, dann Dotting Geht das wieder zu Schön Okay, Mobile Phone, keine Ahnung, wo das ist Achso, da kann man viel Portrait of a Lady Was sollen wir? Stamp Album Statue Okay, ich denke, wir müssen hoch So, was brauche ich noch? Ah, wo ist der DVD-Player? Oh, ich denke, wir müssen hoch Gott, nicht Gott, dammit Hm Okay, Mobile Phone start here Warte, was will ich jetzt zumachen? Gott, dammit Wo ist die Statue? Wo ist die Statue? Wo ist die Statue? So My Die Statue fкам Oh, das ist dein Album. Okay, wir werden uns jetzt den Weg durchschlagen. Oh, das ist ein Känguru. Scher, bitte. Stopp, Scher. Oh, fuck yourself. Gott, dammit. Scher, Scher. Gott, dammit, Scher. Ah. Okay, das war ein Ultraleck, aber okay. What the fuck? Okay, Wayne. Gut, dann würde ich sagen, gibt's noch später eine weitere Runde dieses Spiels. Wie gesagt, der Link dazu in der Beschreibung ist sehr, sehr lustig. Und beim nächsten Part werde ich's schaffen, ganz sicher. Gut, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss.